hallo und herzlich willkommen zurück in der superfahrt hier und wir spielen zusammen far cry 6 ja ich bin mir schon so frei gewesen und bin schon mal abgesprungen zu unserer flugabwärtszone hier können wir uns die normen schnell so 400 meter und wir sind auf der insel okay und weit außerhalb landen dann können wir uns nämlich anschleichen wie ist es gefährlich da ist schon mal eine gehen wir hier mal hoch ich sitze fest die sachen holen wir uns zum schnell von dem oben gucken vielleicht haben wir da ja auch noch ein so den haben wir war das nur einer der hier ist ja top okay da ist die eine da ist auch noch eine und hier direkt unter uns so die schlägt hier hoch das gibt es ja gar nicht so ich habe ich und dich habe ich alles klar dann können wir uns mal hier unseren freund und helfer und dann können wir direkt unser uran holen nicht dass wir das vergessen so okay noch ein bisschen stuff hier holen und das war's ja gucken wir mal auf die karte was wir noch zu erledigen haben es wird immer und immer mehr blau würde ich sagen dass wir hier weitergehen und direkt wieder von hier abspringen aber Zeit ist Geld und Geld ist knapp so hart links und gucken wir mal 200 Meter können wir eigentlich hier nochmal gucken ob hier noch was ist da ist nämlich noch eine Piste sehe ich gerade oh ich glaube hier ist auch was von diesem äh Typ mit seinen Kindern ja das kommt mir so bekannt vor ein Moment das will ich einmal kurz gucken da sind wir hier falsch nee doch nicht ganz Notizen so das war der hier aktivieren wir das mal Fotos mit B da ist es doch das ist doch genau das was wir suchen dann ist hier machen wir das wieder weg ich sollte sie fragen ob sie Felipe kennt ich suche nach Felipe mein Mann ist lange tot er ist mit euch Guerilleros in den Kampf gezogen und gefallen du kannst sein Grab auf dem Friedhof sehen aber wenn du ihn hörst das ist nur sein Geist okay okay holen wir uns das noch im schnell hier da haben wir was äh Sprühdose hier sehe ich jetzt nichts Friedhof wo ist der Friedhof da unten ist der Friedhof um ob wir da hinfliegen können äh und mit den Beinen äh mit den Bäumen müsst ihr aufpassen wenn ihr dagegen fliegt dann was das so angekommen was haben wir hier was ist das oh er ist ein Geist ich glaube ja dass es ein Betrüger ist hier so was haben wir denn hier haben wir nochmal so ein ein Segen ein Segen meine Seele ist verdammt diesen Friedhof einzusuchen ich starb im Kampf jetzt muss ich diesen Friedhof einsuchen auf Leben das klingt eher nach einem Betrüger was haben wir hier denn hier ist noch ein bisschen Nebel ich bin ein Geist was was tun für ein Typ bist du noch nicht unten auf dem ähm verstehe schon du bist ein Geist ich bin nicht hier um dich zu rekrutieren also lass den Scheiß ich hab einen Brief für dich von deinem Papa Lorenzo Canseco was er hat nie zugegeben mein Vater zu sein er hat sich nicht getraut also hat er sich in den Bergen versteckt aus Angst vor dir siehst du da irgendeine Parallele Verliebe brauchst du eine Zeichnung ich weiß nicht wovon du redest ich hab keine Angst ich bin ein Geist oh wie unheimlich Binge so eine Scheiße leck mich am Arsch ja was ist das denn ist das jetzt der aber sie hat doch gesagt dass es der ein Mann ist warum versteckt er sich denn da was ist das ja für ein Idiot okay haben wir den nächsten gefunden also den zweiten gut dann würde ich mal sagen gehen wir mal zu unserer eigentlichen Aufgabe was wir vor hatten so und schön den Berg wieder hoch ich war gerade schon am überlegen ob ich nochmal von den einen Punkt abspringe das ist dann immer ein bisschen arg leichter aber hey wir können ja die paar Meter können wir ja wohl laufen und vielleicht finden wir ja auch noch was bisschen stuff oder so ja aber den anderen Fahrquartalen muss es so immer ein bisschen äh Pflanzen und Scheu äh zu und zur Heilung und zur Wahrnehmung und so aufnehmen aber das haben sie hier jetzt ja komplett weggelassen ne okay hier waren wir gerade gehen wir mal weiter so hier ist noch was alt Schrott 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 hier ist alles voll das muss ich natürlich hier mitnehmen so hier ist noch eine Kiste und Impact Handschuhe toll exzellent eigentlich müsste ich da auch nochmal gucken was wieder ob ich mal wieder was sinnvolles für mich mitgekriegt habe aber irgendwie habe ich auch keinen Bock ich will zocken ich will einfach vorankommen da ist auch noch was so alles klar gut 50 Meter dann haben wir unsere Aufgabe aber scheiße wir haben jetzt auch gar kein Fahrzeug ne okay hier haben wir einen Brief den gönnen wir uns als erstes weil es wieder ein Sammelbrief ist Waffen habe ich genug hier ist auch noch was okay bitte um Bestätigung des Empfangs der Frachtieferung auf der Halbinsel bestätigt wir sehen Sie das Bergungsteam ist unterwegs komm schon Dani du schaffst es vor Ihnen zum Übergabepunkt okay 800 Meter das ist eigentlich gar nicht so weit weg oh 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 das war knapp hol ich mir hier ein Fahrzeug ja hol ich mir hier ein Fahrzeug ist hier ein Fahrzeug ist der K hinter uns verdammt nochmal warum ist hier kein Fahrzeug sag mir was du weißt dann ist schnell der hat einen Vorratsabwurf angekündigt hättest du Lust das für uns zu erledigen ja mach ich so ich brauch den LKW weg da ich nehm das mal kümmer dich gut darum ja geh weg zwei Minuten noch muss ich nicht ähm ich will ja mal auf der Map gucken ah siehste das konnte ich mir nämlich denken da muss ich nämlich hin ähm 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 abspringen kann ich nicht damit fahr ich hier hin und hol mir ein Boot dann holen wir uns ein Boot wir haben ja noch knapp zwei Minuten ach fuck verdammt nochmal muss da natürlich so ein Stück Schrott liegen ne ich kann es noch schaffen ja locker so wo können wir uns denn ein Boot gönnen oh da ist schon ein Schätzky jo da haben wir schon was da haben wir schon was da können wir direkt rüber fahren und antworten schießen da ist es steckt das weg fuck Spaß hab mich aber fast ausgelöscht ne gibt's ja gar nicht die waren stark muss man zugeben das waren nämlich aber auch vier Danny du hast dich selbst getroffen so okay hier oben jetzt glaube ich ein Schießprober cool top so gehen wir nochmal und holen unsere Kiste oh hier haben wir nochmal einen Sammlerbrief so hier haben wir unsere Kiste so dann würde jemand mal sagen und uns das nochmal oh genau genau und das war's wo gehen wir als nächstes hin wir gehen diesen hier wa wie weit ist der von hier entfernt schaffen wir das mit Absprung testen wir das mal hart nach links ja ich befürchte nein das schaffen wir nicht direkt mit Absprung aber wir sind schon bei 500 dann laufen wir den Rest werden wir nicht auf dem Boden aufschlagen wie so eine Grapefruit da laufen zwei ein Mensch ein Hund okay das lassen wir mal außer acht ich laufe mal straight zu den wie heißen die noch militärisches Ziel ist das ne genau 280 noch hoffentlich sind hier keine Pumas und scheiß oder Mungos die Drecks scheiße ja das ist aber immer das gleiche da haben sie nämlich immer diese Mungos ich glaube in den anderen waren es die Dachse die waren so überaus stark so abartig stark ne so dann sind wir schnell gekommen lass uns mal gucken ob wir was sehen ich bin in El Este und sehe einen scheiß großen Funkturm das ist Castillos persönlicher Sendeturm mit seiner Spionagestation geh da rein und lade alle Infos runter die du aufspürst finden wir raus was Castillo abgehört hat oh nein ich hab V gedrückt das wollte ich gar nicht jetzt ist Hölle wieder ausgeboren fuck 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 könnte nützlich sein haben wir irgendwo shit oh mäßig wollte das doch gar nicht oh man das tut mir leid können wir nochmal verhandeln lass uns nochmal auf Wohl setzen oh jetzt geht's los jetzt geht's los hier oh scheiße wie komm ich denn jetzt unbemerkt nach oben geht da war einer nee nee oh 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 ich wollte es nicht rein oh Gott der hat sich den scheiß verdammten ja ich hab's gemerkt danke okay lass uns eben hier lang schleichen vielleicht beruhigen die sich ja noch okay und jetzt ist das wieder auf null haben die mich gesehen okay da scheiße scheiße so hoch hier verdammt dann haben wir ein bisschen Ruhe gelaufen dass der Laptop hier ist oder was auch immer super oh hab ich ihn glaub ich hab ihn äh oh hier will ich ihm runter so hier ist es hier ist es oh ich hör doch welche oder also da sind wir so schnell 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 das haben wir oh Gott dann nämlich mal die andere jetzt brauch ich ein bisschen mehr Power so die hacken euch nee er hackt euch oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh nein warum sterben die nicht mehr kann ich mir vorstellen so gehackt haben wir können wir jetzt eigentlich auch mal ein bisschen ernst machen hier ja nur noch den Schlüssel einen Scheißdreck tust du so komm her den haben wir oh voll die Bieren weggeballert wa vamonos Gut, den hab ich auch. Wie viel haben wir noch? Komm mal mehr. Verdammt nochmal. Okay, wir können hier eigentlich weg. Ach, er ist vor der Krottel. So, den haben wir. Hier ist noch einer. Jemand. Oh, scheiße. Ja, ich hab's gesehen. Auf Schuss. So, Nachladen. Ein Pferd, Reiter kommt da noch. Ich hab ihn gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, diese scheiß Flugzeug, ne? Den haben wir. Das Pferdchen ist schon wieder auf dem Weg weg. Welchen Schuss haben wir denn noch? Eineinhalb Magazin hier noch. So. Den haben wir auch. Nein. Haben wir nicht. Lebt der noch? Ach, da ist noch einer. In dieser Richtung. Hey, 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 hey. Den hol ich mir aber von hier. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Oh, das ist dieser Scheiß. Nothing. Okay. Wer will's wissen? So, den hab ich getroffen. Hörte Dreckzau. Super, dann lass uns mal gucken, was wir hier noch so alles mitnehmen können. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Ein bisschen benutzen. Da haben wir. Was? Kein Schießpulver? Kein Schießpulver. Schade, das ist immer ein bisschen schade. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen lieber Schießpulver, dass ich noch ein paar Waffen eventuell aufrüsten kann. Da ist nochmal ein Ausrufzeichen. Da ist das Pferd. So, aber erstmal die Waffe aus der Hand hier. Die nicht. Mach nur Stress. Okay, hier haben wir auch nochmal ordentlich Stuff. Medics, Medics, Medics. Dann noch mehr. Und ein Gringo. Ja, noch ein Hinterhalt. Alles klar, ich würde aber sagen, wir machen hier einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mir schon in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Fakt3 6. Und tschüss.